Hallo zusammen, da ist wieder mal Hames Senf live und heute mit dabei als Gast Nico Marcin. Hallo Nico. Ciao Hame. Du Nico, wir kennen uns schon ein paar Jahre aus der WordPress-Szene und wir haben uns Dein Weg ist ja nicht ein ganz üblicher, wie du in die Web-Szene gekommen bist. Wie wurdest du zum Nico, den du heute bist? Ja, könnte eine lange Antwort werden. Du hast einfach 30 Minuten Zeit. Okay, gut, das sollte ich dann auch schaffen. Aber ja, das Thema wird dann halt nichts, sorry. Nein, also wie ich dazu gekommen bin, ja, mein Weg war nicht so, wie man sich vorstellt. Also ich habe zum Beispiel nicht Informatik studiert. Ich habe auch keine Lehre in die Richtung gemacht, sondern ich habe das Gymnasium gemacht und habe danach an der PHBern SEG-Lehrer studiert und habe da auch den Bachelor gemacht. Und Webentwicklung, Webdesign ist bei mir eigentlich so während der Oberstufe aufgekommen. Und was mich da getrieben hat, war immer so dieses, die Neugier zum einen oder vor allem auch diese Faszination, dass ich einfach so Dinge erschaffen kann. Das sind keine physischen Dinge, das ist natürlich irgendwie alles virtuell. Aber trotzdem kann ich irgendeine kleine Webseite, einen kleinen Blog bauen und mich oder irgendwer das anderes präsentieren. Und ich kann einfach, ich und mein PC, ich brauche nichts anderes außer sehr, sehr viel Zeit. Ich kann mich da reinlesen, ich habe alles zur Verfügung. Es ist so viel Open Source, es ist so viel Material einfach so da, was ich brauchen kann. Und so bin ich einfach in dieses ganze Webthema reingestolpert, einfach aus Neugier. Es hat mich interessiert und ich habe da immer weitergegraben und weitergemacht. Und habe dann nach dem oder schon während dem Studium gemerkt, dass das nicht nur etwas ist, was mich selbst begeistert, sondern auch etwas, mit dem ich Geld verdienen kann. Und habe mich dann selbstständig gemacht, erst während dem Studium so mit kleinen Freunden, von Freunden, die irgendwie einen Webauftritt gebraucht haben. Und dadurch ist das gewachsen. Und nach dem Studium habe ich mich dann entschieden, das Vollzeit selbst, Vollzeit selbstständig mich zu machen und so zu arbeiten. Und das hat sich eigentlich seither sehr bewährt. Und auch jetzt ist eigentlich diese Neugier am Entdecken und immer wieder neue Sachen ausprobieren, ist eigentlich das, was mich in der Branche eigentlich hält, sage ich jetzt mal. Jetzt geht es ja heute um PWA. Und ich kann mir vorstellen, dass gar nicht alle, die da bei sind im Livestream oder später die Aufzeichnung schauen, wissen, was PWA überhaupt ist. Kannst du das in einem Satz erklären? Ja, ich kann einen Satz machen, aber ich möchte den danach gerne noch erklären. Nein, natürlich. Also PWA sind die Abkürzungen für Progressive Web Apps. Also das heißt, es sind Webseiten, Webapplikationen, die über moderne Browserfeatures, neue Browserfeatures, Funktionen bekommen, die man von Web so nicht gekannt hatte. So. Das ist die Kurzfassung. Wenn ich es etwas ausholen darf, die Idee dahinter ist, das Web hat sich ja sehr stark gewandelt. Also wir hatten eigentlich früher am Anfang des Web, ging es nur darum, Dokumente zu verschicken. Sprich, wir hatten eigentlich ein HTML-Dokument, das liegt irgendwo auf einem Server und über das Übertragungsprotokoll HTTP konnte man darauf zugreifen und ich konnte mir das eigentlich anzeigen lassen. Das war so der Klassiker. Dann sind Funktionen dazugekommen, man konnte stylen, man konnte mit CSS, man konnte über JavaScript irgendwie Interaktivität reinbringen, ein bisschen was. Und es sind natürlich Serverseitig-Sprachen dazugekommen, dass eigentlich der Server plötzlich meine Webseite oder meine Applikation aufgebaut hat und dann das fertige Dokument, das ist in einer gewissen Weise dann halt interaktiv, indem ich zum Beispiel mich authentifizieren konnte und dann hat eigentlich das gleiche Dokument, habe ich etwas anderes zurückbekommen, als ein anderer Nutzer, der sich mit seinem Account identifiziert hat. Jetzt hat sich das Ganze ins Frontend geschoben und das heißt, vieles von dieser Interaktivität oder vieles, was die Webseiten heute ausmachen, passiert nicht mehr im Browser, auf dem Server, Entschuldigung, das wird nicht mehr einfach generiert und geschickt, sondern der Browser selber ist sehr mächtig geworden und wir könnten, eigentlich die ganze Applikationslogik passiert in vielen Stellen schon alles im Browser. Und da sind wir relativ nah von der Idee her bei klassischen Desktop-Applikationen oder auch Mobile-Applikationen, wo wir eigentlich ja dieses Paket haben, so das ist unsere Applikation, die installieren wir irgendwo und die Logik passiert dann dort. Also die Applikation läuft dann auf dem Gerät und ich bin auf dem Server und jetzt hat man aber gemerkt, dass das Web zwar in puncto Interaktivität schon relativ weit ist, aber ganz viele wichtige Schnittstellen fehlen. Zum Beispiel konnten wir lange nicht auf einen Store zugreifen, wo wir wirklich Dateien speichern konnten und die Webseite konnte darauf zugreifen, auf dem Gerät. Wir hatten lange auch nicht die Möglichkeit, direkt auf die Kamera zuzugreifen. Wir konnten zwar ein Bild machen und das dann wegen einem Upload-Feld in die Webseite reinholen, aber wir hatten keinen echten Zugriff auf die Kamera, dass wir uns die Kamera auf unserer Webseite ausgeben konnten. Das sind alles Features, die Schritt für Schritt ins Web kommen und da hat man dann halt diese Idee gehabt, dass man eigentlich alles, was native Applikationen heute können, auch ins Web bringen könnte, über Web-Schnittstellen und dieses Projekt hat dann so diesen Übernamen Progressive Web Apps bekommen, also Web-Applikationen, die immer mehr und mehr Berechtigungen bekommen und mit der Zeit, während der Nutzer sie nutzt, immer kompletter werden und näher an native Applikationen kommen. Könnte man sagen, dass der Browser zum Betriebssystem von morgen wird? Kann man so sagen, ob es so wird, weiss ich nicht, aber die Idee ist wirklich, dass wir den Browser effektiv als Plattform für Applikationen nutzen und nicht einfach nur, um Dokumente anzuzeigen. Das geht genau eigentlich in diese Richtung. Wenn ich jetzt eine Website habe, die normal läuft, mit einem gängigen CMS oder was auch immer, was muss ich noch tun, damit das eine PWA wird? Die Frage hat an meiner Sicht zwei Teile. Zum einen die Frage wieder, was ist eine PWA oder ab wann ist meine Webseite eine PWA, finde ich echt schwer zu beantworten, weil mir persönlich geht es nicht darum, einfach jetzt eine PWA zu bauen, sondern die Idee ist halt, dass wir bestimmte Features, die in unserem Use Case Sinn machen, dass wir die nutzen, aber andere vielleicht auch nicht. Ein ganz wichtiges Feature, wo wirklich aus meiner Sicht fast jede Webseite davon profitieren könnte, ist ein sogenannter Application Storage. Das heißt, ich kann Daten, Dateien, die ich einmal runtergeladen habe, kann ich auf dem Gerät lassen und dann auf die gecachete Datei zugreifen, anstelle sie immer neu zu holen. Das ist ziemlich ähnlich, wie der Browser Cache im Moment schon funktioniert, aber mit dem sogenannten Service Worker, das ist ein Can-Feature oder eine Can-Funktion der PWA, mit dem Service Worker kann ich jetzt, ich als Entwickler kann bestimmen, wann ich eine Datei aus einem Cache hole, also vom Gerät hole und wann ich sie vom Netzwerk haben möchte. Weil es gibt, jeder Use Case ist da irgendwo durch anders. Ich habe zum Beispiel ganz interaktive Dokumente, wie zum Beispiel ein HTML-Dokument. Das ist etwas, was ich immer live haben möchte, wenn möglich. Oder auch ein JSON, das ist eigentlich ein Daten, die ich vom Netzwerk bekomme, den möchte ich auch möglichst aktuell halten. Also kann ich sagen, diese Dateien möchte ich direkt vom Server haben, es sei denn, ich bin nicht online und dann kann ich einen Fallback einbauen und kann sagen, okay, wenn ich sie nicht live holen kann, dann hole ich sie lieber aus dem Store, als dass ich gar nichts habe. Andere Sachen wie ein Bild oder auch von mir aus CSS-JavaScript-Dateien, die sollten eigentlich sich nie ändern. Wenn ich sie ändere, dann macht es Sinn, dass ich das unter einen anderen URL oder wenigstens irgendeinen Version-String anhänge, dass der Browser das als eine neue Datei erkennt. Und die möchte ich vielleicht einmal runterladen und dann immer aus dem Cache ziehen, weil ich sage, es macht keinen Sinn, diese Datei, auch wenn der Browser findet, ja, gehe ich auf Nummer sicher und hole sie lieber mal vom Server, macht keinen Sinn, diesen Request zu machen, dann kann ich ihn vom Gerät holen, was auch instant ist im Endeffekt, weil eine Datei, die auf dem Gerät ist, hat null Netzwerklatenz, also ich kann sie einfach, sie ist da, kann sie brauchen und muss nicht noch diese paar Millisekunden zum Server und wieder zurück verschwenden. Also das ist aus meiner Sicht, wenn eine Webseite einen Serviceworker hat, der mindestens mal ein Offline-Fallback eingebaut hat, dann würde ich sagen, Ziel erreicht, dann haben wir eine Progressive Web App. Wenn wir jetzt von Progressive Web App sprechen und ich möchte zum Beispiel mit meinem Verlag oder mit meinem Unternehmen investieren in diese Technologie, begebe ich mich dann in irgendwelche Abhängigkeiten, sprich bin ich dann im goldenen Käfig von Google oder wer ist da dahinter? Ja, nein, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil, oder das ist auch die Grundlage vom Web, es ist ein offener Standard. Es geht darum, alles, was wir im Web nutzen, sind Standards, die, das Konsortium, das W3C, eigentlich als wirklich unternehmensübergreifendes Konsortium, die bestimmen das und sagen, okay, um die Standards zu erfüllen, muss ein Browser das und das und das und das können und das sind alles Features, es sind noch nicht alle, sind wirklich Teil des Standards, also ganz viel davon ist in Entwicklungsstufen oder in den Testphasen, darum kann man jetzt nicht sagen, dass alles in allen Browsern funktioniert, aber die Idee davon ist, dass alles Open Source ist und diese Schnittstellen, diese Standards Open Source sind und ich mich als Entwickler nicht abhängig mache von einer Plattform, wie jetzt, wenn ich eine iOS App entwickle, ist es ganz klar, Apple bestimmt, was sind die, die, wie sagt man, also, das sind die Bedingungen, die ich erfüllen muss, damit ich überhaupt meine App publizieren darf und das sind auch die Features, die ich bekomme, wenn Apple sagt, Schnittstelle X gibt es nicht, dann gibt es die halt nicht, habe ich keine Chance, darauf zuzugreifen, das Web ist wie eine übergeordnete Organisation, die probiert, diese Schnittstellen bereitzustellen und dann im Endeffekt auch jeder einfach nutzen kann, also ich kann meine App ins Web stellen und das kann mir im Endeffekt niemand verbieten, so, es ist einfach diese offene Plattform. Du hast ein paar Mal jetzt Apple als Shield oder als Bremse erwähnt, ich glaube, da müssen wir ein Geheimnis oder Geheimnis, nein, einfach ein Fakt öffnen oder erklär mal, was ist denn mit diesem Apple los? Also jetzt zum Beispiel von vorhin, da muss ich ganz kurz sagen, das könnte bei Google genauso sein, also, wenn ich eine native App in einen Store stelle, dann mache ich mich davon abhängig, was mir der Store bietet und was er von mir verlangt, Punkt, das ist egal, welchen Store ich da nehme. Apple speziell, da gibt es ein, glaube ich, ich würde mal sagen, es ist ein Zielkonflikt, weil wir haben auf der einen Seite Google, die das Web dominieren und die pushen sehr stark, dass das Web als offene Applikationsplattform Anklang findet. Das ist jetzt nicht mehr nur Google, es ist jetzt auch Microsoft, die sehr stark da rein, investieren, Intel, Samsung, das sind eigentlich, sind ein paar Browserhersteller und Softwarehersteller, die sich stark auf das fokussieren. Auf der anderen Seite haben wir Apple, Apple, die haben mit dem Safari Browser theoretisch einen sehr kleinen Marktanteil, aber sie haben auf iOS einen sogenannten Webkit-Zwang, das heißt, jeder Browser, der auf iOS läuft, also auf dem iPhone-Betriebssystem, hat in der Grundlage einen Webkit, also diese Engine, die Safari nutzt. Das heißt, Apple hat im iPhone-Kosmos ein Monopol, ganz klar, auf das Web und dort bremsen sie ein wenig oder da sind sie sehr vorsichtig, neue Schnittstellen zu implementieren, die halt den App Store als Single Source of Apps im Endeffekt gefährden können oder konkurrieren könnten und ich denke mal, ja, zum einen ist es marktwirtschaftlich, dass einfach der App Store groß bleiben soll, auf der anderen Seite ist es auch ein Grundverständnis vom Web, dass sie halt sagen und das finde ich als Idee völlig legitim zu sagen, das Web ist dazu da, um Dokumente anzuzeigen und wenn ich alles interaktiv haben möchte, dann mache ich eine App, also die Philosophie dahinter ist nicht unbedingt falsch, ich finde die Umsetzung, wie sie halt ihre Marktmacht missbrauchen, finde ich fragwürdig, aber die Idee, dass Google sagt, nein, das Web soll eine Applikationsplattform sein und Apple, die sagen, nein, das Web soll eine Dokumentationsplattform sein, diese Philosophien kann ich nachvollziehen völlig, aber wir kommen jetzt halt, wenn wir von P-Bas sprechen, kommen wir halt mitten rein in diesen Zielkonflikt und das ist halt dann immer etwas mühsam, dass Apple sehr, sehr langsam ist, wenn es darum geht, neue Schnittstellen zu implementieren. Ich habe einen Serviceworker vorhin angesprochen und da ging es, der ist, glaube ich, erst vor, was hat das, Anfang 19 wurde der implementiert und da waren schon zwei, drei Jahre vorher, hat Apple gepusht, sorry, Google gepusht und gemacht, dass der zum Standard wird und da hat Apple einfach stark gebremst und es sind jetzt auch immer wieder Schnittstellen, wo Google und Microsoft sehr stark vorbrechen und Apple einfach ein bisschen auf die Bremse tritt. Wie schätzt du jetzt die Situation ein, wenn ich zum Beispiel zum Publishing-Blog schaue, ist natürlich auch vom Zielmarkt her, sind sehr viele Apple-Anwender, wenn jetzt meine Website über 50% Apple-Anwender hat, ist dann PWA falsch oder bringt sie doch was? Falsch ist sie ganz sicher nie, weil, das habe ich am Anfang noch vergessen zu sagen, dieses Progressive, dieser Progressive-Begriff hat noch eine andere Bedeutung, man redet von Progressive Enhancement in der Webentwicklung, wenn ich Features bereitstelle, die nicht jeder Browser unbedingt unterstützt, aber auch nicht jeder unterstützen muss, weil, wenn wir das Beispiel mit der Offline-Usage nehmen, ich kann das natürlich implementieren und alle Browsers, die das unterstützen, können davon profitieren, aber Browsers, die das nicht unterstützen, die brauchen es einfach nicht, also sprich, okay, der Service Worker ist jetzt von allen Plattformen wieder unterstützt, aber wenn ich jetzt einen alten Browser hätte, der erkennt diesen Service Worker nicht, dieses ganze Caching funktioniert halt nicht, aber die Seite funktioniert genauso einwandfrei, bis auf diese eine Feature halt und deswegen versucht man bei diesen Progressive Features, die sowieso in der Browser-Kompatibilität noch nicht so weit sind, versucht man immer entweder einen Fallberg einzubauen oder dann einfach irgendwie einen, ja, dass man einfach die Browsers unterstützt, bevorzugt, aber wer es nicht unterstützt, dem muss man auch nicht unbedingt eine Warnung anzeigen oder sowas, ist einfach so. Wenn es da ist, ist gut, wenn es nicht da ist, ist es auch gut. Gehen wir mal etwas in Richtung Erstellung von einer progressiven Web-App. Wie schätzt du den Aufwand im Vergleich zu einer plattformspezifischen nativen App? Es kommt halt immer sehr darauf an, was man genau machen möchte, aber im Endeffekt ist es glaube ich ziemlich klar, wenn ich eine Applikation schreibe, die auf drei, vier verschiedenen Plattformen funktionieren soll, dauert es auf jeden Fall länger, als wenn ich eine Applikation schreibe, die nur für eine Plattform gedacht ist. Es gibt, wenn ich native Apps entwickle, gibt es viele solche Cross-Plattform- Frameworks, das heißt, dass ich trotzdem nur eine Code-Basis habe für verschiedene Plattformen, aber auch da muss ich dann immer gucken, kann ich es im App Store publishen, kann ich es im Play Store publishen, funktioniert es als Desktop-App und funktioniert es als Web-App und so. Dann gibt es jede Plattform hat noch irgendwie eigene Eigenheiten, wenn es darum geht, Push-Notifications zu verschicken, eigene Zertifikate und und und. Wenn ich mich nur auf eine Plattform konzentrieren muss, nur aufs Web, bin ich auf jeden Fall effizienter und da das Web auch eine, jetzt im Vergleich zum App Store und zum Play Store wesentlich ältere Plattform ist, finde ich auch viel mehr Ressourcen und ich finde auch viel mehr Bibliotheken, die ich nutzen kann, als wenn ich mich auf jedes, auf jede Applikation separat konzentrieren muss. Was ist denn der typische Einsatz von einer PWA? Gibt es so, weisst du, die Webseite, wo man sagt, genau das ist richtig gut geeignet? Was in Produktion heutzutage sehr oft gemacht wird, ist genau dieses Beispiel mit dem Offline-Caching, dass ich meine Webseite, und das kann ein Blog sein, nehmen wir einfach einen normalen Reiseblog, den kann ich offline verfügbar machen und dann können Leute, die einen Beitrag schon mal gelesen haben, also der Beitrag ist schon im Cache, können den konsumieren, auch wenn sie unterwegs sind und vielleicht gerade kein Internet haben. Das ist deswegen ein gutes Beispiel, weil das jetzt auch in allen Plattformen funktioniert und deswegen auch sehr rege genutzt wird. So. Aber wir können natürlich noch viel, viel, viel weiter gehen, wenn man ein bisschen in die experimentelle Ecke geht, kommen Schnittstellen wie eine Bluetooth-AP, also dass ich über das Web auf bestimmte Bluetooth-Geräte zugreifen kann. Das heißt also, ich könnte meine, keine Ahnung, ich habe einen kleinen Bluetooth-Helikopter, den kann ich mit einer Web-Applikation steuern und muss keine native Applikation installieren, also der Hersteller muss mir nicht irgendeine App-Store-App zur Verfügung stellen, es reicht, wenn er mir einen QR-Code auf das Gerät drauf macht, ich scanne den QR-Code, suche mir dann den Helikopter aus, den ich in der Geräteliste sehe und kann darauf zugreifen, also ich glaube, ich habe mir ein bisschen aber einen großen Bogen gemacht, aber im Endeffekt, es gibt nicht die eine Applikation wie oder den einen Prototyp für eine PWA, sondern es sind einfach ganz, ganz viele Features, die das Web als Plattform breiter machen können, interessanter macht. Welches ist deine liebste PWA? schlussendlich, also eine, die ich relativ oft brauche, ist ClickChamp, das ist eine Video-Editing-Software, wo ich das ganze Editing direkt im Browser mache und keine Applikation installieren muss und da auch wieder, ClickChamp hat zum Beispiel keine Push-Notifications, weil es ist kein Feature, was sie benötigen, aber was sie haben ist Wasm, also eine Schnittstelle, wie ich binäre, also Maschinen-Code im Browser ausführen kann, nicht nur JavaScript, sondern wie ich direkt wirklich binären Code ausführen kann. Das ist natürlich für eine Video-Editing-Software relativ wichtig, aber dann auch klassische Beispiele wie ein G-Mail, wenn ich G-Mail am Desktop nutze auf mail.google.com, dann ist das eine Web-Applikation, es macht keinen Sinn, da eine native Applikation zu installieren. Also es ist so wie, wir nutzen ja im alltäglichen Gebrauch ganz viele Web-Applikationen, die über PWA oder Progressive Features einfach besser werden. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen den Schwerpunkt verlagern vom Gespräch, wir waren jetzt ja allgemein PWA, wo viel mit Entwicklung und so zusammenhängt und ich möchte Richtung WordPress weitergehen. Du bist ja WordPress-Entwickler und du hast ein Plugin geschrieben, Progressive WordPress. Was macht das Plugin genau? Das Plugin, also der Anfang war, dass ich eigentlich probieren wollte, wie könnte ich diese neuen Features in ein bestehendes System integrieren. WordPress, ich habe ja vorhin davon gesprochen, das Frontend-Applikation und Backend-Applikation. WordPress ist eigentlich eine klassische Backend-Applikation, das ist eine PHP-Applikation, wo ich einen Request hinschicke, der Server macht die ganze Verarbeitung und schickt mir dann ein fertiges Dokument zurück. Ist also nicht der klassische Fall für eine PWA eigentlich? Und ich habe mir dann überlegt, wie ich diese Features, von denen wirklich jede Webseite profitieren könnte, in WordPress bringe. Und da habe ich, was war das, Ende 2000, oder Anfang 2008, nee, Ende 2018 war das, glaube ich, habe ich das erste WordPress-Plugin oder PWA-WordPress-Plugin ins Verzeichnis gestellt und das macht genau das, es registriert einen Service Worker, es erstellt ein Manifest-File, da haben wir noch nicht drüber geredet, das ist das zweite Kern-Feature, dieses Manifest-File mit Meta-Informationen über meine Webseite und damit habe ich eigentlich schon über Installieren, Aktivieren, habe ich die wichtigsten Features abgedeckt, dass es vom mobilen Browser als installierbare Webseite erkannt wird und dass Inhalte gecached werden und ich habe dann auch ein paar Settings eingestellt, dass der Nutzer bestimmen kann, welche Inhalte wie gecached werden sollen. Worauf können wir uns freuen bei der Weiterentwicklung, weil ich weiss natürlich aus unserem Vorgespräch, du bist voll dran mit diesem Plugin und was kommt als nächstes? Der Fokus im Moment liegt vor allem auf den Push Notifications, das ist eigentlich ein weiteres wichtiges Feature über einen Webstandard ist es möglich Push Notifications an Geräte zu schicken. Das ist übrigens ein Feature, was leider WebKit und damit iOS und Safari noch nicht unterstützen, aber da habe ich bis jetzt immer eine sehr rudimentäre Implementierung gehabt über Firebase, über einen Google-Dienst und diesen Google-Dienst möchte ich jetzt eigentlich ablösen, dass die Webseite direkt Push-Notifications verschicken kann, also unser Server kann dann, also der Server, auf dem die WordPress-Seite gehostet wird, das kann irgendein PHP-Server sein, kann direkt Push-Notifications an registrierte Clients verschicken. Das ist auf der technischen Seite da, wo ich mich am stärksten drauf konzentriere, unter der Haube bin ich eigentlich alles am Neuschreiben, weil es hat sich viel getan seither und es gibt vieles, was man besser machen kann, damit auch für mich die Weiterentwicklung einfacher wird und das ist dann auf der nicht unbedingt auf der technischen Seite, auf der Marketing-Seite der zweite wichtige Punkt. Ich habe Progressive WordPress einfach mal so gestartet, als kleines Side-Projekt, zum gucken, ob das irgendwie überhaupt funktioniert, als Proof of Konzept, ob man überhaupt diese PWA-Features in eine WordPress-Seite bringen kann. Das hat funktioniert und was jetzt halt irgendwie fehlt, ist so ein Sustainable Business-Modell, ganz blöd gesagt. Einfach, dass ich, ich habe vor ein paar Wochen mal wieder ein Update rausgebracht mit ein paar kleinen Bugfixes, aber seither oder auch vorher schon lang, konnte ich einfach nicht daran arbeiten, weil mir die Zeit gefehlt hat und ich sage nicht irgendwie, würde ich mir die Zeit leider auch nicht nehmen konnte. Und was ich jetzt machen möchte, ist wirklich, dass das irgendwo ein Projekt wird, an dem ich aktiv weiterarbeiten kann, weil ich habe gesehen, die Nachfrage ist da, es gibt mittlerweile auch verschiedene PWA-Plugins auf dem Markt, aber was halt fehlt, ist wirklich ein Business-Modell im Endeffekt, wo auch Kunden darauf vertrauen können, dass an der App weiter oder an dem Plugin weitergearbeitet wird und das ist für ganz viele essentiell. Es ist schwierig, einfach ein Plugin zu nutzen, was mal entwickelt wurde und wo der Support mega schlecht ist und ich nicht weiß, was in fünf Jahren ist und meine Webseite soll ja auch in fünf Jahren noch funktionieren und wenn ich dort dann von der Business-Seite her auch irgendwo ein Modell habe, was sich selbst unterhält, dann bin ich da nochmal einen ganzen Schritt weitergekommen. Das wünschen wir dir natürlich von Herzen und ich mir natürlich auch. Wir nutzen als Agentur dein Plugin auch. Das ist wirklich ein Meilenstein, denke ich. Schön. Du hast gesagt, du bist an den Push-Notifications. Verstehe ich das recht, dass das trotzdem das Problem bei Apple nicht löst? Nein, leider nicht. Das Problem ist wirklich ganz basic, wie soll ich sagen, damit der Browser Push-Notifications empfangen kann, fangen wir mal so an, brauche ich eine Library, die mir diese Keys generiert, also ich kann ja nicht einfach wild Push-Notifications verschicken, sondern der Browser muss einen Key generieren und dieser Key muss verwendet werden, um das richtige Gerät zu erreichen und solange mir der Browser diesen Key nicht zur Verfügung stellt, kann ich einfach auch nichts machen, ich habe keine Möglichkeit den Browser zu erreichen. So. Und solange WebKit das nicht unterstützt, sind mir komplett die Hände gebunden. Der einzige Weg, eine Notification auf ein iOS-Gerät zu bringen, geht über den Store. Also da hat Apple ganz kleinen Finger drauf und sie sagen, wenn du eine Notification schicken willst, dann musst du über den Store gehen, dann musst du durch unseren Prozess durchgehen. Wir haben dann auch mal in einem Projekt ein Fallback eingebaut, einfach über SMS, dass man halt bei wichtigen Sachen, bei wichtigen Informationen ein SMS bekommen kann, aber das kostet halt wieder Geld. Da sind wir über AWS, über einen Web Service gegangen und da kostet einfach jedes SMS Geld. So. man könnte auch über Webhooks gehen, dass man eine Slack Integration baut und und und, aber das ist alles irgendwo Fallbacks um dieses Problem herum und solange da Apple nicht vorwärts macht, kommen wir da leider auch nicht weiter. Also falls Tim Cook da zuschaut live, wenn wir da sprechen, eine Aufforderung an ihn, bitte auf der mobilen Apple Plattform entweder öffnen oder das wenigstens zulassen. Du, Nico, noch ganz kurz ein Punkt dazu. Ich denke nicht, dass das Apple machen wird. Da habe ich die Hoffnung ein bisschen aufgegeben, weil es einfach der Schaden für sie zu gross wäre oder der Need auch nicht da ist für sie. Was ich aber hoffe, ist, dass sie in Zukunft gezwungen werden, das Web oder dass dieser Webkit zwang fällt, dass auf iOS andere Browser Engines installiert werden dürfen, weil sie bekommen ja in verschiedenen Ländern immer wieder Probleme mit diesem Monopol, was sie sich geschaffen haben. Es gab jetzt gerade in Australien gab es wieder oder es ist immer noch ein Gerichtsverfahren, wo dieses Monopol zum Thema wird und sie immer wieder sagen, ja, aber doch, das Web ist ja eine Alternative und wir haben doch einen Browser auf unserem Gerät, aber da hoffe ich, dass irgendwann entschieden wird, dass das einfach aus Monopol Sicht nicht geht, dass sie ihren eigenen Browser so sperren oder die eigene Browser Engines so sperren, weil sobald man andere Browser Engines haben könnte, also Chromium ist die Engine, die Edge und Chrome verwenden, Google, dann werden wir viel freier, weil dann könnte jeder Browser Hersteller wirklich sagen, welche Features er möchte und der Nutzer könnte dann frei entscheiden, möchte ich einen Safari, der mir unter Umständen mehr Privacy bietet, aber weniger Features oder möchte ich einen Chrome, der mehr Features hat, aber weniger Privacy, aber das ist dann die Wahl des Nutzers und dann finde ich das völlig okay, wenn Apple sagt, nein, das unterstützen wir nicht, aber solange sie halt da ihr Monopol drauf halten, dann das ist nicht okay. Erinnert mich irgendwie alles an die Zeiten von Microsoft mit dem Internet Explorer war ja eigentlich die genau gleiche Monopolsituation und auch die mussten dann irgendwann den Stecker ziehen. Hoffen wir, dass dieser Stecker wirklich gezogen wird. Zum Abschluss, wo bekomme ich Informationen, was ist die Anlaufstelle zu deinem Plugin, zu PWA allgemein, zu dir als Person? Zu mir als Person am besten eigentlich über meine Webseite nico.dev Dort habe ich ein paar Artikel auch verlinkt, die ich geschrieben habe über PWA und dort sind auch die Links zu Social Media, also auf Twitter bin ich relativ aktiv oder LinkedIn und wenn was Neues passiert, schreibe ich als erstes dort und sonst, wenn es mehr in die Technik gehen soll, habe ich letztes Weihnachten ein Projekt gemacht, das nennt sich PW Advent, da wurde jeden Tag ein Feature vorgestellt, ein PW Feature von mir, aber auch von anderen Leuten aus der Community und sonst hat eigentlich die Web.dev also die Entwicklerplattform von Google hat super Beiträge auf Englisch zu den einzelnen Features und vor allem zu den Features, die jetzt erst in Entwicklung sind und da sind mega spannende Sachen dabei. Ja, lieben Dank Nico, das war's. Heute Nico Martin zu Gast bei Hamasenf Live zu aus einer Website auch eine App machen und jetzt entlasse ich dich Nico mit deinem Camper. Jetzt geht's raus aus der Schweiz und ich wünsche euch eine gute, sichere Zeit und care teil zurück. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.